Willkommen zu unserem Review über CoinTracking. In diesem Video erfährst du das Wichtigste, was du über die Software zur Erstellung von Steuererklärungen für Bitcoin und andere Kryptowährungen wissen solltest. Wir betrachten die Funktionen, werfen einen Blick auf Zahlarten und Gebühren, untersuchen unterstützte Börsen, Coins und Wallets und beleuchten sowohl den Support als auch die Benutzerfreundlichkeit. Zum Ende des Videos erfährst du, welche Erfahrungen unsere Community bisher mit CoinTracking gemacht hat und wie das Ergebnis des CoinTracking-Tests ausfällt. Auf unserem YouTube-Kanal gibt es noch viele weitere Tests und Tutorials. Außerdem versorgen wir dich regelmäßig mit News zu Bitcoin und Kryptowährungen. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video! CoinTracking ist ein Tool, das Tradern hilft, Steuerangelegenheiten im Griff zu behalten. Dabei werden steuerlich relevante Kryptotransaktionen aufbereitet und Berichte für das Finanzamt erstellt. Das geschieht, indem das Tool Wallets und Exchange-Konten automatisch miteinander verbindet. Kunden können dafür aus über 300 Wallets und Exchanges wählen. Nutzer eines kostenlosen CoinTracking-Accounts können bis zu 200 Transaktionen in das Kryptosteuertool aufnehmen. Für mehr Transaktionen stehen weitere Account-Modelle zur Verfügung. Die Kosten unterschiedlicher CoinTracking-Abo-Modelle variieren unter anderem aufgrund der Anzahl an Transaktionen. Als Zahlarten unterstützt CoinTracking PayPal, Kreditkarten und sogar Kryptowährungen. CoinTracking's Benutzeroberfläche ist einfach zu handhaben. Die Filterfunktionen unterstützen die Kunden, gezielt die benötigten Daten zu finden. Außerdem können sie auf jeder Seite und für jedes Feature klare Anweisungen erhalten. Die mobile App erlaubt einen schnellen und übersichtlichen Zugriff auf Daten. Zusätzlich bietet CoinTracking-Videos an, auf denen die Nutzung des Tools erklärt wird. Die FAQ-Seite des Kryptosteuertools beantwortet grundlegende Fragen. Darüber hinaus ist der CoinTracking-Support rund um die Uhr erreichbar und verspricht eine Antwortzeit von bis zu vier Stunden. Der Support kann sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch kontaktiert werden. Insgesamt bietet das Kryptosteuertool CoinTracking eine umfassende Lösung zur Verwaltung von Kryptotransaktionen und der steuerlichen Aufbereitung. Zu Redaktionsschluss dieses Videos liegen uns 345 Bewertungen und Erfahrungsberichte vor. Diese haben zu einer Gesamtbewertung von 4,59 Sternen geführt. Ein Ergebnis, das mehr als ordentlich ist. Die wichtigsten Bewertungskriterien im Test waren die Benutzerfreundlichkeit, das Leistungsangebot und der Kundensupport. Wenn du einen detaillierten Blick auf die Bewertungen und Erfahrungsberichte werfen möchtest, schau am besten direkt auf unserer Website vorbei. Solltest du bereits selbst Erfahrungen mit CoinTracking gesammelt haben, schreib sie gerne in die Kommentare unter diesem Video oder verfasse einen Erfahrungsbericht auf unserer Website. So hilfst du anderen, die am besten für sie geeignete Software zur Steuererklärung für Bitcoin und Kryptowährungen zu finden. Wenn du direkt mit der Nutzung von CoinTracking starten möchtest, klicke einfach auf den eingeblendeten Link. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen, abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an. Bis zum nächsten Mal!